hallo da draußen herzlich willkommen heute ein ausrüstungsvideo heute geht es um eine taschenlampe die ich mir selber gekauft habe die ist nicht gesponsert es steht aber trotzdem da oben dauerwerbesendung weil ich ja nur über diese taschenlampe rede und das könnte ja der ein oder andere falsch verstehen oder ja der klickt halt gleich mal weiter kriegt nicht mit dass es nicht gesponsert ist ich habe sie mir selber gekauft an dieser stelle möchte ich euch empfehlen übrigens wenn ihr noch nie etwas bei led lenser gekauft habt geht mal über die webseite bei der erstbestellung das war bei mir so gab es glaube ich fünf prozent rabatt und da die taschenlampe doch schon ein paar euro kostet ja ist es vielleicht auch mal ganz sinnvoll so was einzustreichen was ihr in den ja in diesem riesen versand handel der vielleicht ein tick schneller versendet aber ja da habt ihr eben nicht die fünf prozent ja die led lenser heißt p6r q core qc wer immer auf diesen namen kommt er wird wissen warum sieben jahre garantie ok 270 lumen das mag der ein oder andere als sehr dunkel empfinden aber es genügt um damit durch den wald zu laufen und auch ein bisschen weiter weg zu leuchten da gibt es mit sicherheit irgendeine vorschrift nach was das berechnet wird 335 meter wenn man fokussiert hat damit dann ebenso ein beam raus kommt und dann kann man gucken die taschenlampe hat vier farben ihr seht das hier weiß rot grün und blau hat sie eine led drin das ist kein rgb licht wo er jede farbe erzeugen können so was habe ich auch für slide painting aber diese lampe die kann nur fixe farben und die gründe für die farben kommen gleich drauf wer mit voll power die lampe fährt hat fünf stunden etwa akkulaufzeit gegenüber 14 stunden so bei halber leistung und ich glaube bei ganz schwacher leistung 110 stunden also damit kann man schon eine ganze zeit lang sich licht machen und wenn man wirklich im richtig dunklen jetzt zum beispiel wäre dann hat man die möglichkeit damit auch wirklich lange ja noch licht zu haben ich stelle mir mal was ganz blödes vor man sitzt in der höhle ja und kommt nicht raus so ungefähr okay wenn man die lampe an macht dann kann man durch drücken in dem fall kurz nachdem man sie angemacht hat die lichtleistung um vier stufen reduzieren das ist die schwachste und schwächste und dann ist sie aus wenn ich hier sie anschalte kann ich auch jederzeit die farben umstellen ja und laut anleitung sind die farben für folgendes da rot ganz klar das sehen wir eigentlich nachts ganz gut wir können damit zum beispiel wenn wir sterne fotografieren oder beobachten können wir mit rotem licht allerdings nicht die volle leistung unser auge ja weniger stressen dass wir dann auch gleich wenn wir die taschenlampe wieder ausmachen im nachtsicht modus oder schneller im nachtsicht modus sind grünes licht wäre gut für die tierbeobachtung liebe ja ich weiß nicht ob ein jäger von euch hier zu sieht ist das so grünes licht sehen die tiere das nicht sagt mal was dazu und blaues licht wäre für die spuren suche auch hier hätte ich die frage an einen jäger mit blauem licht was für spuren sieht man da sagt mal was dazu also es würde mich interessieren ich habe mir die lampe gekauft weil ich schon die kleine schwester dazu habe die auch diese vier farben kann das ist punkt 1 allerdings nicht so helligkeitssteuerbar ist die ist auch bei weitem nicht so hell aber für light painting ist eben diese kleine auch interessant und diese große weil sie deutlich heller ist umso mehr es gibt noch etwas was die lampe kann und ich sage jetzt mal das ist der panik modus ihr müsst ihr einfach länger hinten drauf klicken und dann kommt dieses flacker licht das sieht hier aus das sieht hier im video nicht so schlimm aus aber wenn ihr das längere zeit versucht mal selber anzugucken ihr werdet gaga und das strahlt man eben in das auge von jemanden der irgendwas von einem will und ich bin sicher der kriegt die augen nicht mehr auf der wird gaga und in dem moment habt ihr eben vielleicht die sekunde um wegzulaufen oder aber auch etwas zu tun was er in dem moment nicht sieht und ich sage euch was diese lampe stabil gebaut also damit könnte man auch leicht einen schlag auf den kopf machen gut ja gibt es was was mich stört also erstmal in der bei der lampe ist keine tasche mit dabei das mag an der größe liegen weil man sie einfach einstecken kann ich persönlich hätte gerne eine tasche weil ich mache mir taschenlampen am liebsten an den gürtel da weiß ich wo sie sind und so werden dann nicht die hosen taschen voll weil da oft andere sachen drin sind dann ich empfehle mal der chef etage bei led lenser selber am besten ohne werkzeug dieses schnürchen anzubringen ich habe es nicht hinbekommen ich bin gott sei dank in der guten lage uhrmacher pinzetten zu besitzen mit denen geht das hier ist so wenig platz zwischen schalter und bohrung dass man ja dieses dieses bändel was man hier ja durch friemeln muss und dann durch zwei löcher wohlgemerkt dass man das faktisch nicht hinbekommt wenn das ein längliches loch wäre wäre das schon mal ein stückchen einfacher aber ja mach das mal selber taster hier hinten das übrigens auch das firmenlogo der rote kreis mit dem roten punkt es sind gute taschenlampen aber warum man die lampe hier hinten an macht das ist mir immer noch ein rätsel ich persönlich hätte hier vorne lieber den schalter ich weiß manchmal muss man den dann auch nachts suchen aber den wenn man den erhaben macht dann spürt man den man kann ihn dann sogar mit zwei fingern ziemlich schnell betätigen das ist mal punkt eins ich habe sogar eine taschenlampe das ist die die extrem hell wird aber auch extrem heiß wenn man hier vorne dran fassen würde kann man sich die finger verbrennen die hat 1000 lumen das ist übrigens auch noch nicht das maximum es gibt ja mittlerweile viel viel mehr die hatten schalter vorne und ein schalter hinten das wäre also auch eine überlegung ich glaube die größeren haben das auch aber warum hat es die nicht und das letzte was mich persönlich ein bisschen stört was natürlich jetzt nicht von der funktionsweise wirklich ein abbruch ist man lädt innerhalb der taschenlampe das ist soweit okay das sind diese dicken akkus die man auch sonst in den taschenlampen findet aber hier hinten ist noch ein usb mini verbaut und wer usb mini stecker kennt der weiß man muss immerhin gucken wie rum gehört er rein da sollte man usb c einbauen und dann ist noch eine lade lampe neben dran und ja das war es also wie gesagt usb c wäre hier schön im grunde war es das schon also mehr kann ich nicht berichten ich bin damit wunderbar hochgekommen auf dem berg auf dem rehberg im pfelser wald da habe ich nämlich prompt das erste mal zum einsatz gebracht ich hatte auch letzte woche dabei da war es aber dann schon ein stückchen heller im schwarzwald da war es jetzt kein problem ja und von der qualität her wie gesagt kann ich nicht klagen ich habe eine von den lampen schon keine ahnung gefühlte fünf jahre oder so sechs jahre da war nie was dran die funktioniert mit normalen batterien oder akkus da habe ich auch keine probleme mit die ist auch fokussierbar die hat aber nur weißes licht die habe ich mir eben auch geholt um damit light painting zu machen weil sie halt schöne kräftige lampen hat und eben durch drehen ganz schnell umzustellen ist was die farben angeht das soll es gewesen sein ich hoffe der ein oder andere kann damit was anfangen und ja ich wünsche euch was bis zum nächsten video ciao tschüss euer Sven